Genshin Impact macht mir verdammt viel Spaß und als Free-to-Play-Gacha-Game hat es natürlich Gacha, das heißt ein Lootbox-System, in dem ihr Charaktere ziehen könnt, aber auch andere Sachen. Und im heutigen Video machen wir 40 Summons, denn das muss dann natürlich auch mal sein. Und dabei erkläre ich euch auch ein bisschen, was für Art Summons ihr machen könntet, solltet, was der Vorteil und Nachteil ist und auch, welcher Bahn aktuell sich eventuell lohnen könnte. Moin Moin Leute, mein Name ist Ree Felser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Wie gesagt, heute geht es um Summons und deswegen gehen wir auch direkt in die Gebete rein. Ich kann euch nur sagen, Genshin Impact ist gerade am Anfang sehr großzügig mit dieser Währung hier, die ihr benötigt. Das heißt, ihr könnt vieles erfahren, spielt die Story, entdeckt die Welt, das Spiel bietet wirklich unglaublich viele Sachen und ihr müsst kein Geld investieren großartig. Ihr müsst auch nicht direkt am Anfang sämtliche Einheiten ziehen. Ich habe euch auch in einem Video schon gezeigt, wie ihr sechs gute Charaktere kostenlos bekommen könnt. Aktuell haben wir drei Banner. Einmal den Wanderlust-Banner, einmal das göttliche Werk-Banner und einmal Balladen-in-Bechern-Banner. An sich könnt ihr euch immer anschauen, was diese Banner haben. Göttliches Werk-Banner ist für mich gerade sehr uninteressant. Dort gibt es zwar sehr, sehr gute Waffen, aber ich bin noch nicht High-Level genug. Ich habe ein paar gute Vier-Sterne-Waffen im Spiel sogar bekommen und ich hatte auch sogar Glück und habe in einem normalen Banner eine Fünf-Sterne-Waffe gezogen und die habe ich jetzt bei Jean zum Beispiel drin, die ich auch glücklicherweise gezogen habe. Ich habe aber den Look noch nicht, was einer der besten Charaktere aktuell ist, das heißt, den hätte ich gerne und ich hatte auch Glück und habe Venti bekommen. Aber in welchen Banner solltet ihr ziehen? Grundsätzlich könnt ihr euch die Banner unter Details immer anschauen. Es ist wichtig, denn dort sind viele Informationen versteckt. Zum einen, dieser Balladen im Becher-Banner hat höhere Wahrscheinlichkeiten für Fünf-Sterne-Objekte und auch für Vier-Sterne-Objekte. Wahrscheinlichkeit für Vier-Sterne-Objekte 50%, Wahrscheinlichkeit für Fünf-Sterne-Objekte 50% und seine zeitlich begrenzte Aktion. In diesem Banner sind diese vier Charaktere mit höherer Wahrscheinlichkeit vorhanden. Das heißt, ich meine Venti, Fischl, Xianling und Barbara. Das heißt aber nicht, dass die anderen Charaktere nicht drin sind, denn wenn ihr ein bisschen weiter runter geht, seht ihr, was sind denn jetzt aktuell drin. Zum einen haben wir hier Fünf-Sterne-Objekte. Die Basis-Wahrscheinlichkeit ist 0,6%, 1,6% mit Garantie. Was bedeutet Garantie? Ihr habt bei Genshin Impact alle 10 Pulls. Einen hundertprozentigen mindestens Vier-Sterne-Pull. Garantie heißt von diesen 100%, 1,6% könnten ein Fünf-Sterne-Pull sein. Also, wir haben in dem Banner, ist zum einen Venti drin, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Dann haben wir Mona, Diluc, King, Kiki und Jean. Dann haben wir in diesem Banner auch weitere Vier-Sterne-Charaktere. Und Vier-Sterne heißt nicht unbedingt schlecht, das müsst ihr euch von anderen Spielen ein bisschen vergessen, denn Vier-Sterne-Charaktere hier sind auch gut. Grundsätzlich sind fast alle Charaktere gut, bis auf Amber, die ist halt kacke. Wir haben hier Fischl, Barbara und Xianling mit höherer Wahrscheinlichkeit. Wir haben Sakharose, Shongyung, Noelle, Bennett, Ningguang, Xingqiu und Baidu. Und sogar Razor. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie alle Charaktere sind in diesem Banner auch vorhanden. Ihr habt nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese drei Charaktere zu bekommen. Und dann gibt es auch natürlich eine Menge Waffen und dann gibt es auch noch die drei Sterne-Objekte, die sind alle mit drin. Also, grundsätzlich, wenn ihr sagt, ihr wollt einfach nur einen Charakter haben, ist der Balladen-in-Becher-Banner wahrscheinlich die bessere Wahl, weil ihr definitiv eine höhere Wahrscheinlichkeit habt, eins von diesen vier Charakteren zu bekommen. Und was daran interessant ist, Venti ist ein sehr, sehr guter Charakter, Anemo mit Bogen. Fischl ist einer der besten Charaktere mit, also ein Estier-Charakter, wie er so genannt wird im Spiel. Auch Bogen, Elektro. Dann habt ihr hier einen Link, die sowieso gut ist als Feuercharakter. Und ihr könnt sie auch kostenlos bekommen in Bills. Das bedeutet, ihr hättet schon mal was für Sternbild. Und bei Barbara genau dasselbe. Die könnt ihr ja auch kostenlos bekommen. Und dann hättet ihr, wenn ihr sie zieht, auch wieder was für Sternbild. Das ist zum Beispiel bei mir passiert. Meine Barbara hat schon zwei Sternbilder freigeschaltet. Wir gucken uns jetzt... Oh, ich wollte gar nicht so weit raus. Wir gucken uns jetzt aber natürlich auch den anderen Banner an. Denn hier würde man ja denken, ey, okay, die Charaktere sind deutlich stärker vorhanden, weil sie hier auf dem Cover sind. Und hier steht es auch wieder, alle Tensionen erhältst du sicher Objekte mit mindestens vier Sternen. Das heißt, da gehen wir auch wieder in die Details, gucken uns an. Es steht eigentlich genau dasselbe wie bei dem anderen. Und hier habt ihr dieselbe Garantie, 0,6 und 1,6%. Hier ist Venti zum Beispiel nicht drinnen. Hier habt Keking, Mona, Deluk, Kiki und Jean. Hier habt ihr ein paar mehr 5 Sterne Waffen. Das heißt, wenn ihr Waffen auch haben wollt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Waffe bekommt, halt hier höher eine 5 Sterne Waffe. Und ansonsten habt ihr hier auch die anderen Charaktere alle mit drin, mit einer Wahrscheinlichkeit von 13% beziehungsweise 5,1%. Heißt, ihr müsst selber entscheiden, was ist euch wichtig. Wollt ihr vielleicht Waffen zwischendurch haben, dann würde ich sagen, geht in diesen Banner rein. Wollt ihr vielleicht einen Charakter wie Deluk haben, was ich hier haben möchte, dann ist dieser Banner wahrscheinlich besser, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in dem anderen Banner andere Charaktere bekommt, ist einfach höher und ich drücke die ganze Zeit Escape. Und wir machen folgendes. Wir machen erst einmal 10 Puls hier in Ballade, in Bechern und dann machen wir mal 10 Puls hier und danach machen wir Multis. Warum 10 Puls? Ich mache mal einfach einzelne Gebete. Ich mache einzelne Gebete grundsätzlich aus folgendem Grund. Multi ist schneller und hier ist auch der Grund schon, also ich habe jetzt einen gemacht und habe Razer bekommen. Hey, nice! Das ist gut, weil ich Razer spiele, ist aktuell in meinem Main Team mit drin und ich habe ihn schon. Das heißt, ich habe jetzt das hier bekommen, Stellar Fortuna von Razer. Damit könnt ihr das Sternbild von Razer erweitern, das heißt neue Talente bei ihm freischalten, also sozusagen einen Dupe machen und ihr bekommt herrnloses Sternenglanz, was so eine andere Währung ist. Einfach dafür, dass ihr ihn gezogen habt. Und jetzt, das ist ein gutes Beispiel, weil jetzt ist die Wahrscheinlichkeit wieder bei, oder die Anzahl wieder bei 0. Bedeutet, in den nächsten 10 Puls bekomme ich mindestens ein 4-Sterne-Objekt. Wenn ich ein Multi mache, ziehe ich die Puls einfach durch. Aber hier könnte ich dann, auch wenn ich mein 4- oder 5-Sterne-Objekt gezogen habe, mit dem einzelnen Pool einfach sagen, okay, ich habe genug. Und diese 10 gelten nicht nur für Multis, sondern auch für einzelne Gebiete. Natürlich ist es ein bisschen anstrengender, die ganze Zeit Einzelgebiete zu machen. Dauert ein bisschen länger, die Animation kann zwar übersprungen werden, aber ihr müsst hier doppelt klicken, ist ein bisschen blöd an sich, ist genauso schnell. Also ein 3-Sterne-Bogen, mir irrelevant. So, dann sind wir jetzt bei 3. Und da muss man mitzählen, dass es ja noch schlimmer ist. Konnte ich bei Doka-Benzel schon die ganze Zeit nicht. Auch hier wieder nichts. Blau, 3-Sterne, interessiert mich nicht. Also 3-Sterne-Waffen interessieren mich aktuell wenig, weil ich für fast alle meine Hauptcharaktere, die ich spiele, 4-Sterne-Waffen habe. Aber 3-Sterne-Waffen können durchaus gut sein. Wenn ihr sie offzieht zum Beispiel, könnt ihr diese Waffe verfeinern. Das heißt, ihr erhöht ihre Nebentalente, was durchaus richtig gut sein kann. Da kann so eine 3-Sterne-Waffe auf Max-Level mit Level 5 Verfeinerung sogar besser sein als eine 4-Sterne-Waffe ohne Verfeinerung. Das heißt, ihr müsst immer so ein bisschen schauen, okay, was ist euch jetzt wichtig, beziehungsweise was habt ihr für Waffen gezogen und macht das vielleicht auch ein bisschen Sinn. Ich kann euch das vielleicht gleich ganz kurz zeigen. So, ich habe jetzt natürlich nicht mitgezählt. Ich mache einfach mal, bis jetzt mein 4-Sterne-Pull kommt. Gefühlt wird er wahrscheinlich natürlich am 10. kommen. Das heißt, da hätte ich auch gleich ein Multi machen können. So, Himmelsflugschwert, sehr schön. Brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich war bei 5000. Und wieder blau, also wieder 3 Sterne. Yep. Und, ja, das wird jetzt der letzte sein in diesem Banner. Ja, und da ist, ja, natürlich ist jetzt mein 4-Sterne mit dabei. Und das ist Qianling wieder. Also, ihr habt gesehen, Razor war nicht verbessert, also war nicht eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber Qianling hat eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und hier haben wir wieder fürs Sternbild. Und bevor wir weitermachen, kann ich ja vielleicht direkt ins Sternbild rein. Ich habe ja Sternling und Razor hier. Ihr seht, es wird auch gezeigt. Sternbild ist halt das Dupe-System. Ich kann jetzt halt den ersten bei Razor freischalten. Das sind Wolf-Instinkte. Erhöht den von Razor verursachten Schaden beim Erhalten von Elementalkristallen oder Elementarteilchen 8 Sekunden lang um 10%. Das bedeutet, wenn der Gegner halt so ein Element fallen lässt und ihr das aufsammelt, werdet ihr 8 Sekunden lang 10% mehr Schaden machen, was durchaus gut ist. Bei Xionling, seht ihr, habe ich schon 2 Sternbilder freischalten können. Einmal verringert den Pyro-Widerstand der von Guoba getroffenen Gegner 6 Sekunden lang um 15, also von ihren aufgestellten Bär. Das ist schon mal ganz cool, das heißt, sie machen mehr Schaden. Der zweite ist für Gegner mit dem letzten Schlag des Standardsangriff 2 Sekunden lang den Effekt Implosion zu. Die Implosion tritt am Ende der Wirkungsdauer in Kraft und verursacht Pyro-Fläschenschaden in Höhe von 75% Angriff. Auch sehr gut. Und jetzt scharf angebraten, erhöht die Stufe der Fähigkeit. Ja, dann aktivieren wir mal. Das hier ist nicht so... Ja, aber von welcher Fähigkeit? Scharf angebraten? Ach, ich glaube, das ist eins von ihren Talenten, oder? Talente? Äh, nein. Ich habe keine Ahnung, was das war. Also die Übersetzung ist hier teilweise echt noch nicht so dolle. Was machst du? Erhöht die Stufe der Fähigkeit. Ja, ist schon klar, aber... Aber was? Das hier hat irgendwas mit ihrer... Ja, erhöht die Stufe der Fähigkeit. Dem Zeichen nach zu urteilen, würde ich sagen, ist es das Feuerrad. Ja, das ist jetzt auf Stufe 4. Also, das ist doch schon mal ziemlich gut. Ich kann nur sagen, bei Barbara hatte ich ja auch schon was gezogen. Äh, dreimal habe ich sie sogar schon gezogen, wie es aussieht. Einmal bunte Ballade. Äh, und sobald ihr die alle voll habt, dann bekommt ihr, glaube ich, nochmal irgendwie so eine Extra-Währung. Also, gut, wir haben jetzt an dem Banner schon ein bisschen was gezogen. Und jetzt gehen wir mal in den Wanderlust-Banner. Und hier mache ich mal... Ach, egal, ich mache mal direkt 10. Und ich hätte gerne Deluge, weil Deluge ist einfach ein Bomben-Charakter. Das ist er nicht, denn Deluge ist 5 Sterne. Das heißt, diese, äh, Animation wird dann, äh, golden. Das ist ein 4-Sterne-Schwert. Ich hatte schon ein 4-Sterne-Schwert. Ich muss mal gucken, ob es das ist, was ich schon hatte. Weil dann kann ich das verfeinern und das Schwert noch stärker machen. So, dann schauen wir mal. Steinschleuder. Magieführer. Eis an der Schatten. Das werden alles nur Waffen. Meine 4-Sterne-Item kamen direkt am Anfang. Also, ich habe tatsächlich noch nie einen Pull gehabt, wo ich zwei, äh, oder ich hatte, glaube ich, einen Pull, wo ich zwei 4-Sterne-Sachen hatte. Aber das war es. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel nur eins. Und wir gehen dann, äh, direkt kurz nochmal raus. Und ich muss jetzt mal kurz gucken. Wer hat denn so eine 4-Sterne-Waffe? Äh, genau. Schwert der Dämmerung. Und ich habe hier noch eine Schwert der Dämmerung. Das heißt, ich könnte jetzt noch verstärken. Verfeinerung. Und dann kann ich dieselbe Waffe einsetzen. Und damit, zack. Auf Grad 5 verfeinert, erhöht die kritische Teflashance bei mehr als 90% Lebenspunkte um 28%. Das heißt, es gibt halt nochmal so ein paar, ähm, Extra-Attribute, die durchaus gut sein können, falls ihr eben noch keine, äh, 4-Sterne oder 5-Sterne-Waffe habt, die ihr besser findet. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Ich mache nochmal ein Multi. Auch wenn ich euch gesagt habe, Singles machen auch mehr Sinn. Es geht nur darum, ihr müsst jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Multis machen. Diese 10 Pulls gelten für immer. Okay, gleich der erste wieder 4-Sterne. Also, 10. Das ist, oh, sehr nice. Das ist Fischl. Die hätte, die wollte ich sowieso haben. Sehr guter Elektro-Charakter. Passt in mein Team, glaube ich, auch gerade extrem gut rein. Aber jetzt muss ich anfangen, Materialien zu farmen, damit ich sie auch tatsächlich hochleveln kann. Auch hier, ähm, die Information. Fokussiert euch auf maximal 2 Charaktere, während ihr die Story-Spiel-Turnier gerade am Entdecken seid. Denn viel mehr werdet ihr, äh, nicht machen können. Dafür braucht ihr einfach viel zu viele Materialien mit der Zeit. Und, oh, noch Glocke. 4-Sterne-2-Händer-Waffe. Okay, das ist nice, aber kein Deluge. Kein Deluge. Und bei der Glocke bin ich mir gerade nicht sicher. Muss mal eben kurz gucken. Ich meine, Razer, was hast du für eine Waffe? Sag mir, es ist die Glocke. Es ist die Glocke. Sehr schön. Das heißt, ich kann sie jetzt verfeinern. So. Und jetzt haben wir... ...alles verbessert. Das heißt, stellt beim Erleiten von Schaden ein Schutzschild mit einer Stärke von 23% der maximalen LP. Hält so lange, bis die Schadensmenge erreicht ist, aber maximal 10 Sekunden, 45 Sekunden Abklingzeit. Höht den verursachten Schaden der Figur während der Wirkungsdauer um 15%. Das ist ziemlich cool. Eigentlich ist es die Glocke dann eher eine Waffe für den Tank. Aber ich nehme es trotzdem. Muss ich am Fischel bekommen. Das ist sehr cool. Level 1. Oh nein, ich muss dich erstmal verbessern. Aber ich habe eine Waffe zumindest. Waffenmäßig müsste ich zumindest was Ruckers haben. Ja, ich habe die. Den hat Dings gerade Venti ausgerüstet. Und den hat Amber ausgerüstet. Amber. Äh, dann geben wir dir mal die hier. Damit ich jetzt wechsle und du gleich die von Amber bekommst. Ja, ja. Das ist Opferbogen. Weil Amber ein Opfer ist und keiner Amber... Also Amber tut mir echt leid. Ihre Skills sind einfach nur so schlecht. So, jetzt haben wir noch ein paar einzelne, die wir am Ende noch machen. Und währenddessen kann ich euch natürlich schon fragen, was haltet ihr vom Gacha-System? Hattet ihr schon ein bisschen Glück? Gibt es einen Charakter, wo ihr sagt, hey, darauf seid ihr am meisten scharf. Und darauf spielt ihr gerade und farmt gerade Währungen, damit ihr dann ein bisschen was bekommt. Könnt ihr mir gerne unten reinschreiben. Ich werde jetzt halt meine Währung komplett ausnutzen. Mein Urgestein. Urgestein heißt es. Ich muss mir das mit den Währungen nochmal merken. So, und natürlich habe ich jetzt zwei Items bekommen. Das heißt, das Ganze ging wieder von vorne los für die garantierten vier Sterne. Und ich werde jetzt wahrscheinlich... Ich kann noch... Ja, nur noch zwei machen. Ein Dilut am Ende wäre schon ziemlich geil. Nope. Drachenblutschwert. Und das letzte. Nix. Hätte das Video auch richtig gut enden können. Aber nein. Das heißt, ich werde gucken, was ich davon für Verstärkung nutze. Und werde meine Fischel jetzt mal ein bisschen hochleveln. Denn die... Ah, jetzt bin ich überlegen, ob ich sie gegen Razor austausche. Weil zweimal Blitz ist an sich ein bisschen Overkill. Und ich brauche... Deswegen will ich Jullitsch haben. Weil ich will einen guten Zweihänder haben. Und Razor ist aktuell der bei mir im Team. Und dann will ich eigentlich einen guten Bogenschützen haben. Wenn ich... Den habe ich halt mit Venti aktuell, den ich mal wieder reinpacke. Aber... Ja, ich werde mal schauen, was ich mache. Also im Großen und Ganzen, ich freue mich auf dieses Spiel. Ich habe gerade aktuell richtig Spaß daran. Und ihr könnt mir gerne eure Kommentare und Meinungen unten reinschreiben. Und euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video. Oder einen von meinen Playlists anschauen. Und mich auch abonnieren, dass ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.